Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodel, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederverlässiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch kein Schmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch! Tun Sie, was Sie wollen!